Musik Schön sind Sie online gekommen, jetzt haben Sie zum Bild auch noch die Stimme. Ich bin Christa Mosner, ich kandidiere auf der Liste 3 der FDP für Gemeinderatswahlen am 9. Februar. Wenn Sie mich wählen, können Sie sicher sein, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass weniger Geld ausgegeben wird, als eingenommen wird. Auch z.B. der Haferkran, der macht doch wirklich keinen Sinn, das ist einfach rausgeheizt Geld. Ich würde mich stark machen für das Gewerbe, sind doch 70% der Arbeitsplätze in der Stadt Zürich Sottik vom Gewerbe und das ist wichtig für uns. Und ich würde mich dafür einsetzen, dass es ganz bestimmt kein Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen wird geben. Jetzt sind Sie auch gerade online, schauen Sie doch auch noch die anderen Videostatements von meinen FDP-Kollegen an. Das sind Leute, die sich engagieren, die eine Meinung haben, die sich einsetzen für unsere Stadt Zürich, für unser Quartier. Und Sie können Sie nicht vergessen, wählen Sie am 9. Februar Liste 3 FDP. Sie können mich auch zweimal darauf nehmen. Und wenn für Sie die Liste 3 der FDP nicht in Frage kommt, das ist möglich, nehmen Sie mich auf die Liste, die Sie nehmen, darauf. Sie können mich dort mit dem Namen erwähnen. Das würde mich sehr freuen.